Petition Nummer 2 Ebenfalls vor 9 oder 10 Tagen eingereicht unter dem Pseudonym Fidel Castro Sterbefälle nach Alter ist der Titel. Der Text der Petition lautet Der Stadtrat möge den Oberbürgermeister damit beauftragen, quartalsweise eine Statistik nach Sterbealter im Open Data Portal der Landeshauptstadt zu veröffentlichen. Begründung Nachdem bisher nur eine Veröffentlichung der Sterbefälle nach Stadtteilen im Open Data Portal veröffentlicht wird, auch nicht nachgedacht, was ich am Anfang des Satzes geschrieben habe, soll zukünftig regelmäßig auch eine Statistik nach Sterbealter zur Verfügung gestellt werden. Da habe ich bis jetzt 4 Mitzeichner. Hier geht es zur Mitzeichnung. Hier geht es zum Link, um die E-Petition womöglich an Freunde und Bekannte weiterzureichen, die auch mitzeichnen wollen. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was vergessen habe. Petition mitzeichnen. Ich komme gerade nicht drauf und deswegen kann ich das ganz kurz halten.